Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, dass man alles, und das heben wir auch immer wieder raus, man kann all das lernen sozusagen. Also es sind quasi Kompetenzen, die man aufbauen kann und gleichzeitig kann man sein Führungsverständnis oder seine Führungsprinzipien sehr wohl entwickeln oder verändern. Aber was du sehr gut herausgehoben hast, man muss zumindest eine Grundvorstellung davon haben, wie man ein Team sieht oder wie man Leadership-Positionen sieht, weil nämlich nur anhand dessen kann ich quasi diese Meta-Ebenen tatsächlich sinnvoll mal für mich durcharbeiten. Weil wenn ich nicht mal weiß, gegen was ich etwas sozusagen evaluiere, dann kann ich so lange wie ich möchte über meine Chefin und ihre Kommunikationsmethoden nachdenken und wie ich mich dann dabei fühle oder welche Optionen sie hatte. Aber wenn ich das nicht in einen entsprechenden Rahmen packen kann, dann kann ich ewig lang darüber nachdenken, wieso dort bestimmte Entscheidungen getroffen werden, aber ich werde es nie angleichen können an die Ergebnisse, die dann vielleicht passiert sind. Und auf der Ebene würde ich nämlich auch zusätzlich als Punkt einfügen, dass man immer versuchen muss, quasi beide Ebenen so als Gegenspiel zu analysieren, wenn man mal in eine Leadership-Positione möchte, wie du es beschrieben hast, dann auch sehr wohl nicht nur darüber nachzudenken, wie handelt wohl meine Chefin und welche Entscheidungen trifft sie und was passiert dann, sondern quasi dadurch wieder umgekehrt zu spielen, nämlich wenn sie das jetzt so kommuniziert, wie fühle ich mich als Teil dieses Teams und wie arbeiten wir dann damit. Weil so entwickle ich dann auch meine Handlungsweisen und meine Strategien und meine Führungsprinzipien für später, weil dann habe ich alle Ebenen abgedeckt. Und ich glaube, das sind halt Dinge, die sehr oft irgendwie unter den Tisch fallen, weil man eben denkt, naja gut, wenn ich dann einmal Führungskraft bin, dann ist das die einzige Ebene, die mich interessiert. Und das ist halt der Fehler, weil es ist, der, wie soll ich sagen, der Pull oder so wird stärker nach unten, je höher man geht. Also es ist genau umgekehrt. Also je höher ich komme in meiner Verantwortung oder in meiner Leadership-Position, desto mehr muss mich interessieren, wie die einzelnen Menschen in meinem Team funktionieren und drauf sind. Und nicht umgekehrt, dass wenn ich einmal in einer Leadership-Position bin, dann bin ich, dann ist das, was wichtig ist, meine Führungsposition. Sondern genau das muss ich verstehen können, was denn dort passiert im Team. Weil ich möchte ja das Team voranbringen. Also ich möchte ja nicht als Leadership den MVP für den besten Leader in Klein- und Mittelunternehmen gewinnen, sondern das Team muss man voranbringen sozusagen. Ja. 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 Vielen Dank.